Moin Moin Pyros und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir gehen uns jetzt hier mal einen richtig schönen Feuerwerksmarkt angucken. Da vorne hält der Polen Bus. Der kommt direkt aus Berlin. Da wisst ihr, wo ihr seid. Da könnt ihr direkt aussteigen. Und jetzt gehen wir uns den hier mal direkt anschauen. Dann kommt er mal mit. Pyro Tri, Feuerwerk, das ganze Jahr. P1, F1, F2, ganzjährig, legal zu kaufen. Kommt er mal direkt rein hier. Ah, herrlich. Richtig schöne Limits hier. Oder? Ist das ein Ofen? Das ist ein richtiger Ofen hier. Hier, Funke, alles dabei. Richtig lecker, du. Da geht das Pyro jetzt auf. Die Tanks sind alle dabei hier. Richtig schön. Nice. No Limit. Alles dabei. Argento, schaut es euch an. Eine richtig schöne Firma. Die Kleinen unter euch. Richtig schöne Raketen. Alles dabei. Hier, Garo, Fireworks. In Masse. Ohne Ende. Raketen ohne Ende. Hier geht es direkt weiter. Noch mehr Raketen. Schaut euch das mal an. Alles für euch aufgebaut. Kaufen, 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 kaufen. Junge, Junge, Junge. Hier, noch mehr. Richtig schöne Sets sind auch dabei. Ich liebe sowas. Das ist richtig oldschool. Schöne Piraten drin. Nice, da kommt Freude auf. Und jetzt hier vorne. Lecker Papperschmatze. Voll ist das Ding. Absolut voll. Böller. Böller. Und nochmals Böller. Und richtig schöne Verbünde. Hier gibt es direkt die 5er Pappete. Und hier direkt noch mehr. Fontaine. Klassik. Alles dabei. Und noch ein Osterhasen dabei, gefährlich. Oder was soll das hier sein? Nice. Hier. Riesenvulkane. Boah. Irre. Dummbum. Ist auch dabei. Hier. Hier. Pyrotrim. Das ist doch mal ein schöner Aufkleber, oder? Alter Schwede. Noch eine große Dummbum-Gag. Hier. Alles dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinhalten soll. Honey Badger. Ist auch dabei. Hier. Big Bang. Ganz nagelneu. 2G. Super Teile. Topic. Auch noch. Richtig schöner Explorer. 4. Und Explorer 5. Ich werde verrückter. Noch mehr Dummbum. Schöne Bombenrohre. Klein und groß. Direkt mal in Masse gezündet. Soll was machen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Noch mehr Bombenrohre. Hier. Schön. Funke. Lecker. Alles gleich. Dann gehen wir noch mal ein bisschen hier hinter. Gucken wir, was es hier noch Schönes gibt. Noch mehr Raketen. Und hier ist schon weihnachtliche Stimmung angesagt. Partykracher. Die Kleinen. Herz aller liebsten. Fireball. XXL. Alles dabei. Und hier noch mehr. Maxe. Richtig schön. Bazooka mäßig. Die ganzen Haufen. Dann noch mehr Riesenraketen. Alles klar. Boah. Noch mehr. Mega XX Aldo. Junge, Junge. Klassik. Alles gleich. Kommt hier hin. Kauft hier Feuerwerk. Sagt, dass ihr das Video von so oft gleich gesehen habt. Und dann gibt es hier reichlich Prozente. Und nicht zu vergessen gibt es natürlich noch bei jedem Einkauf gratis hier so einen richtig schönen Sturmbrenner von Pyrotrim. Richtig lecker. Und dabei gibt es da selbstverständlich auch noch richtig schöne Aufkleber. Die könnt ihr dann überall hinkleben, wo das erlaubt ist. Und zusätzlich gibt es doch den richtig schönen Kugelschreiber. Der ist richtig nice. Alles klar. Und jetzt sehen wir uns jetzt wirklich bei der Zündung hier. Blitzrumsvergleich. Und Blacksander. Das geht doch mal richtig steil, oder? Zuerst diese kleine hier. Weg. Die hatte schon richtig Dunst. Und der Sound ist hier richtig gut. Du Bummrochers. Jetzt geht es hier richtig ab. Zuerst zwei und dann noch zwei. Und jetzt schnell weg. Oh, das war gar kein reiner Knall. Das sind die Effektrockets. Uuuuh. Wie gefällt euch das? Schreibt es mal in die Kommentare, Pyrot. Jetzt die nächsten beiden. Oh, die letzte war nicht schlecht. Jetzt machen wir die nächste hier. Blitzrums. Und selber tail. Und selber tail. die war schon deutlich besser jetzt aber halbe stunde abflühen lassen jetzt nichts wie weg hier vor ist jetzt die nächste blitzrums das müsste eine kleinere sein jetzt nach größe hinstellen soll egal schauen wir mal ich fand die echt stärker schnuppeli wups massenzündung von klein zeugs und jetzt gehen wir weg das kann ich glaube es ist ja unfassbar zwar wird direkt die oreczante heute sander von agento jetzt bin ich aufgespannt ich würde sagen die war noch ein bisschen besser coco air massenzündung los geht's hier komm gib alles knistert mal ordentlich hier los oh yes meine güte und jetzt die große blitzraum dann geht's schnell weg Das war's. Alter Schwede. Was eine Schussfolge. Rauchspurwirbel. Gucken, ob das so funktioniert. Leider nicht ganz. Blitzrums vs. Dummbum und die schöne Gordny. Los geht's mit der Blitzrums. Und jetzt Blitzrums weg. Oh, die ist gut. Juhu. Die ist richtig nice. Nice kick hitze. Finale. Römische Lichter. Scream. Klassik. Vierfach gezündet. Vorsicht. Komm voraus. Komm voraus. Komm voraus. Alter Schwede. Jetzt gehen wir mal gucken, was die Dummbum kann. Die Dummbum. Mal gucken, ob die Gegend anstehen können kann. Los geht's. Feuer direkt weiter. Silvester 2.0. Let's fett's. Let's fett's. Boah. Boah, der dicke Schläge. Feindes Nebeln und es dunstet hier. Junge, Junge. Alter Schwede. Alter Schwede. Boah. Das ist ein Gewitter hier. So, seid ihr bereit? Jetzt machen wir die Chili-Spünners. Nice. Und los geht's hier. Das ist richtig scharf. Richtig mit Chili. Das ist richtig scharf. Richtig mit Chili. Auf. Feierabobs. Feuer, die Mums. Wuhuuu! Alter! Alter! Komplette Fehlproduktion, die kam viel zu tief, aber es war richtig nice!